Was auch sonst logischerweise wieder bekanntes Gewässer mit den bekannten Jungs am Start Wochenend ein nettes Wetter gemeldet an sich Dennis und Marco sind schon schon ein bisschen länger hier draußen Karpfen technisch anscheinend teilweise schon ganz gut gelaufen Ein paar Karpfen um 15 Kilo auf jeden Fall dabei Und nach letzter Info hat Marco letztens auf Dropshot wieder mal ein paar Bärchen gefangen Was ja ein schönes Zeichen ist Ich hoffe das Wochenende kann ich das bestätigen Indem ich auch mal wieder ein paar raus klatsche würde mich natürlich mega freuen Ansonsten wie immer das Wochenende schön genießen, auskosten Ich hoffe ihr seid wieder mit am Start Legt mal los Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Karpfentechnisch Euer Abo Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020